Was ist neu in Transit? In Transit können Sie schon immer alle Dateien eines Projekts in einem Fenster öffnen. Jetzt geht es noch ein bisschen schneller. Mit dem neuen Button Alle öffnen, öffnen Sie alle Projektdateien direkt mit einem Mausklick und ohne vorheriges Markieren aller Dateien. Tipp! Falls Sie ohnehin immer alle Projektdatei öffnen wollen, können Sie dies in den Starteinstellungen festlegen und sich so noch mehr Mausklicks ersparen. Tipp!